Wir machen heute die Füße ins Fischbad. Nicht raus holen, ok? Und sie essen es auch. Wie ist das, Tima? Wie geht's? Ganz viele Ausführungen, gell? Lass die Füße schön gehen, die Armen? Wie sind wir da? Die Füße wollen wir zufüßen? Ich bin schon hier raus. Sie sprechen aus dem Füßen. Sie wissen, dass sie auf dem Füßen sind. Die Füße sind Sie unter der Füße. Die Füße wollen wir noch mit dem Füßen? Siehst du? Sieht vom Fischbüß auf den Füßen. Nicht mehr lieben. Bei anderen Kuchen sind es mehr als andere Kuchen. Warum? Weil das hier noch nicht gesetzlich ist. Oh, das ist das von mir. So, jetzt geht's ja raus. Ganz langsam. So, jetzt geht's ja raus. Ganz langsam. Ja, super. Super macht ihr das. Kimo, komm raus. Jetzt geht's. Raus holen. Ja, mach dich. Ja, mach dich. Ja.